seit jetzt die taschenlampe haben egal da ist er eh dunkel Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Stoffbargeld, okay. Wo kommst du denn her? Ich hör schon mal was le... Gart schon wollte ich sagen. Oh, fuck. Du bist in dieser Seite. Ich glaub, uns geht's nicht allzu gut. Ihr habt doch den Fun, oder? Aber ich auch. Ich wollte eigentlich noch... Warte mal. Wir müssen noch mal zurück. Ich hab mich verlaufen. Da muss ich lang. Wurde meine Waffe wiederholen. Man, da liegt noch ganz viel Zeug rum. Okay. Okay. Okay, in dem Raum sind wir sowieso angelangt hier. Oh. Jetzt müssen wir mal wechseln. Ich will diesen Schraubschlüssel nicht verlieren. 44er Stärke, ne? War super. Wir wären ja eh rausgekommen. Oh, ich fühle mich ziemlich schrecklich. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Ich wünsche dir auch eine angenehme Schicht, ne? Lass dich nicht ärgern. Und einen guten Feierabend später. Mach dein Aufstuhl und mach dir aus meiner Leitung raus. Ich fülle. Das ist aber heute wieder nett. Ich klaue dir hier. Oh, crap. Different code. Dein Kompass färbt sich gelb, wenn du in einem Nachforschungsbereich bist. Okay. Ah, okay. Keine Kompass. Gut. Ja? Oh, ich habe Krach gemacht. Okay. 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 Alles überprüfen, ne? Ich glaube, das ist in der Sauna eine Waffe übersehen. Echt? Warte mal zurück. Die Sauna war da oben, oder? Da habe ich die Scheibe zerschlagen. Oh shit, ist auf der anderen Seite. Wäre jetzt witzig, wenn uns noch ein Zombie entgegenkommen würde, ne? Ein bisschen Schlagring, nice. Danke. Ah, man könnte es von der anderen Seite aus öffnen. Gut. Um, uh, who's out there? It's Amy. From the crash? Let me in already. Oh, uh, okay. Come in. Oh, okay, okay. Just need to rest. I'm fighting off. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. You, is that? I'm okay, I'm just, uh, my head is splitting. Why is that? Oh, good. Get away from this house. You, Drea, what are you doing? Give me the gun. No! You have been beaten. You will turn. It's as I know. I've seen it now. Get away! Drea, they were out of the crash. I invited them. Just give me the... No, I will not have this devil in my house. Uh, your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now and you are still my housekeeper. So give me the bloody... Oh, Gun. Stop shouting. I need a timeout. Eva, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means that we'll turn into a beast. So a comedy show. This is not a fucking movie. I'm not killing them. Oh, it's definitely not in my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them! Say something. You didn't shoot me? Michael fainted, and the gun went off. Ha, God. Fucking idiot almost hit me. Both got lucky. You can take these off. I'm feeling okay. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. Well, the fever's gone. That proves... That proves nothing. Okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. You got me? I kicked a bunch of zombie ass already. I am 110% team living. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get two minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. You can't leave me like this. Let me help. Shit. Okay, that toy comes. Just press the button. Come on! Das sind geile Handschellen, doch. Das Fähigkeitsdeck. Das kann während des Spiels verdienen. Die Gestaltung meines Decks, also die Auswahl deiner Fähigkeitskarten entscheiden über deinen Spielstil. Okay. Achso. Um meine Fähigkeitskarte zu nutzen, muss ich zuerst für einen freigeschaltenen Fähigkeitsslot ausgerüstet werden. Den es in vier Ringen gibt. Die Slots werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Danke, doch. Ein Slot kann jede Karte des passenden Ranges aufnehmen. Dieser erste Rang, die Fertigkeiten beinhalten, eine wichtigste Kampfaktion. Sie werden automatisch ausgerüstet, wenn du sie in den Storyquests freischaltest. Ziehen, weil du hast deine erste Fähigkeit schon freigeschaltet. Wenn du etwas Besseres findest, kannst du sie auch jederzeit austauschen. Danke. Mein Gott. Jetzt lass mich doch wenigstens erstmal gucken, was es ist. Guck mal. Erste Blöde. Okay. Ich bin doch Amy, ne? Ja. Weiche Angriffe in schnellen Folgen aus, um einen moderaten Boost für Angriffsgeschwindigkeit und Beweglichkeit zu erhalten, der mehrfach gestapelt werden kann. Stärke deine Verteidigung, ein gut getimtes Blocken oder Ausweichmanöver füllt Gesundheit auf. Die Sicherheit geht vor, nehm ich. Beteiligungsfähigkeit. Okay. Jetzt hat sie auch zumindest das mit den Fertigkeiten schon mal erklärt. Was ist das? Chemikalien. Okay. Können alleine fighten. Wollen wir eh nicht. Wollen wir noch mal loopen, ne? Oder auch nicht? Lama-Milch? Okay. Kann nichts öffnen. Sieht alles gut aus. Äh, doch nicht. Treibgas. Sehr gut. Chemikalien. Oh, wir haben jetzt gleich so schöne Waffen bauen können. Wer pupst denn da? Das ist Biogas. Kein Chemikalien, ja? Genau, Claudia. Die haben mir alle meine Waffen abgenommen. Sie sind näher. Sie sind näher. Was können wir tun? Öffnen Sie. Ich werde sie auf. Sie sind sicher? Untertitelung des ZDF, 2020